Bewerberinnen und Unternehmen Ähnlich wie bei einer Dating-App erstellen im ersten Schritt Bewerberinnen ihr Profil für das Recruiting-Event. Nach dem gleichen Prinzip registrieren sich die Unternehmen. Sobald die Registrierung abgeschlossen ist, können Bewerberinnen und Unternehmen durch die Profile swipen. Klingt das Profil spannend? Gibt es ein Like? Wenn beide sich liken, entsteht ein Match. Ab jetzt können Bewerberinnen und Unternehmen miteinander chatten und sich gegenseitig kennenlernen. Läuft im Chat alles nach Plan, lädt das Unternehmen zum persönlichen Date auf der Karrieremesse ein. Beide Seiten wissen also schon vor dem Event, ob sie eigentlich zueinander passen. Das sorgt für gute Stimmung und mehr Erfolg.